Einen wunderschönen guten Morgen an alle, die zum ersten Mal da sind. Herzlich willkommen zurück an alle, die schon wieder da sind. Geh mal ein Liken, einen Kommentar für den Algorithmus anlassen, dann hauen wir auch direkt eine raus. Was geht mit dem Bitcoin-Kurs? Naja, im Endeffekt muss man sagen, das war gestern ja so wie besprochen. Wir haben eine Konsolidierung gehabt. Das war das Morgen-Update. Hier ungefähr eine Konsolidierung unter der goldenen Linie. Und dann gab es, boom, eine Explosion nach oben auf dem kurzen Time-Frames gab es sogar einen Retest hier. Ausbruch, Retest, Follow. Hier hätte man reinspringen können. 40.900, grob 41.000. Und dann ging es genau hier bis an unsere rote Linie. Ungefähr 41.800, also knapp 42.000. Was machen wir jetzt aus der ganzen Sache? Nun, wer hier nicht reingesprungen ist, der hat dann gestern nicht richtig zugehört. Aber was machen wir jetzt aus der ganzen Sache? Erstmal im Grunde genommen gar nichts. Wir können hoffen, dass das jetzt eine Bullflag wird, die wir jetzt hier auf unserem Chart haben. Oder eine Konsolidierung unter diesem Widerstand. Aber was jetzt kommt, ist massiv und das muss gebrochen werden. Im Endeffekt, wenn wir das als Bullflag bezeichnen würden wollen, sind es 1, 2, 3, 4 harte Linien, die wir nach oben hin brechen müssen. Ab 42.300 ungefähr. Joa, da sehe ich nochmal einen Push in Richtung 43.5. Aber das hier, das werden wir jetzt nicht so überwinden. So, ja, wir probieren. So, nein. Das wird einen Auslöser haben. Das wird eine Nachricht oder irgendein Push sein oder keine Ahnung. Denn wenn wir solche Widerstände meistens nach oben hin nehmen, dann passiert das nicht mit so einem Rumgepimmel, sondern so. Und auf diesen Auslöder werden wir dann wahrscheinlich warten müssen. Persönliche Strategie, logischerweise, long, okay, sind wir. Stop-Loss, Break-Even, sollte auch klar sein. Und jetzt, wenn wir hier rüber kommen, ausbrechen sollten, über die 41.600, 41.700, dann werden wir erneut es probieren, diese beiden Linien. Oder eher gesagt, diese drei Linien nach oben hin zu überwinden. Sollten wir hier rüber kommen, wäre das natürlich ein traumhaftes Zeichen. Und ich gehe dann davon aus, dass wir das Bull Market Support Band noch mal antesten. Das liegt hier rüber im Moment verlaufend. Das Ganze zwischen 42.800 und 43.600. Sollten wir das nachhaltig nach oben hin überwinden und auch halten können, würde das für einen weiteren Aufwärtstrend sprechen, den ich jetzt allerdings noch nicht sehe. Also, auch hier natürlich im Moment Vorsicht geboten. Denn, sollten wir hier mal einen Absturz kriegen und unter dieser roten Linie landen, dann wäre ich natürlich sofort erst raus, weil ich würde ausgestoppt werden auf Break-Even. Das wäre auch vollkommen okay für mich. Aber kommen wir unter die 40.400, werden wir erneut die Unterkante anlaufen. Was für mich jetzt nicht unbedingt so ein positives Zeichen wäre, dass wir nach so kurzer Zeit dann erneut diese Linie anlaufen. Denn jedes Mal, wenn wir uns von dieser Linie entfernt haben, hat es etwas gedauert, bis wir sie wieder angetestet haben. Aufgesetzt und dann ging es erstmal ab. Aufgesetzt und dann hat es erstmal gedauert. Aufgesetzt, aufgesetzt und dann hat es erstmal gedauert. Aber wir, ja, wir, wenn wir hier so rumgeistern, dann würde ich sagen, ist es doch irgendwann sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir die Linie auch nachhaltig nach unten hinbrechen werden. Ich bin optimistisch, aber auch gleichzeitig sehr, sehr vorsichtig in der aktuellen Situation und das ist auch einfach, was ich jedem empfehlen würde. Des Weiteren sehen wir auch die Bitcoin-Dominanz auf dem Tagesschal, dass sie sich seitwärts bewegt und so einen leichten Push gekriegt hat. Was eher ein Anzeichen dafür ist, dass mehr Leute, wenn die Bitcoin-Dominanz steigt, sich wieder zurück orientieren in Richtung Bitcoin. Ein Anführungsstrichen Safe Haven. Ein sicherer Hafen. Denn jeder weiß, dass die All-Coins im Gegensatz zu Bitcoin sehr, sehr viel mehr Prozente verlieren sollten. Was einfach für mich bedeuten würde, würden wir einen Ausbruch kriegen. Hier über die 41,9 ungefähr. Das heißt, gleichzeitig über diese grüne Linie auf Tagesbasis denke ich, dass es daher rührt, dass wir einen weiteren Absturz erleben werden. Ich würde das hier im Auge behalten und wäre deswegen auch weiter vorsichtig. Das Total Market Cap hingegen, ja, ich sag mal, das bietet ein leicht anderes Bild. Denn wir hatten unser Triangle, was wir eingezeichnet haben, auf Tagesbasis. Das war sehr, sehr schön, sag ich einfach mal. Das ist diese goldene Linie oder die grüne, wie ihr wollt. Im Endeffekt kann man dieses Triangle nehmen oder dieses, wie ihr wollt. Ihr seht es auf beiden. Aber mit dem gestrigen Tag sind wir auf beiden, in beiden Triangles nach oben hinaus gebrochen. Ihr seht, die grüne Linie hier nach oben, Ausbruch, heute Retest. Kriegen wir ein Follow, dann heißt es für Bitcoin noch mal weiter nach oben. Goldene Linie, richtig, Ausbruch, Retest. Kriegen wir hier ein Follow, heißt es für Bitcoin und Co. weiter nach oben. Das hier ist erstmal sehr, sehr positiv, muss man wirklich sagen. Hier sollte man natürlich darauf achten, dass wir die untere goldene Linie nicht nach unten hin schreiten, sprich in dieses Triangle reinkommen und die Unterkante auf Tagesbasis nach unten hin brechen. Dann werden wir auch hier bei Bitcoin und Co. einen weiteren Absturz erleben. Was ihr ebenfalls nicht vergessen solltet, ist folgendes. Gestern hat Netflix Quartalszahlen veröffentlicht, die in Anführungsstrichen richtig beschissen gewesen sind. Und geht, sucht euch mal hier den Earningskalender für die Quartalszahlen des ersten Quartals 2021 raus. Das ist überall zu finden. In dem Fall bin ich jetzt hier auf finanzen.net und dann einfach geht ihr hier oben auf Aktien und dann hier auf Quartalszahlen. Dann kommt ihr auf diese Übersicht und ihr werdet sehen, bis zum Ende des Monats haben wir massive und riesige, die großen Firmen, die ihre Quartalszahlen veröffentlicht. Und das kann jetzt zu einer oder zu anderen Richtung sehr, sehr interessant werden. Heute zum Beispiel Tesla. Dann haben wir Google, Amazon zum Ende des Monats. Warum ist das interessant, Mario? Na ja, ganz einfach. Es kann dabei zu einer oder zu anderen Richtung gehen. Stellt euch mal vor, Tesla kommuniziert sowas nicht, muss das aber in den Quartalszahlen angeben und auf einmal sagt Tesla, wir haben ein paar Bitcoins verkauft, dann rauschen wir in den Keller. Oder wir haben ein großes, anderes Unternehmen. Sagen wir einfach mal Apple, Google oder Microsoft, die auf einmal gesagt haben, interessantes Modell von Tesla, oder wir stecken auch nur mal eine Kleinigkeit in Bitcoin. Und dafür eine Kleinigkeit, das heißt bei Google, Amazon und Microsoft, direkt mal 2, 3, 4, 5 Milliarden. Das ist für die ja ein Pappenstil, das ist auf der Portokasse bezahlt. Dann sehen wir eine Explosion in Richtung Norden. Guckt euch nur zum Beispiel mal Netflix an. Die Zahlen gestern, die waren gar nicht so schlecht. Bis vor den Earnings waren wir noch 3% im Plus. Das ist der Kurs, nachdem die Zahlen veröffentlicht worden sind. Was ist passiert? Ja, Netflix hat Abos verloren, was aber eigentlich im Grunde genommen nur viel damit zu tun hatte, dass sich Netflix aus Russland komplett zurückgezogen hat und man damit rechnet, dass man im nächsten Quartal auch noch Abos verlieren kann. Das Problem an der Sache ist, dass so große Konzerne, wenn die auch wirklich hier schlechte Zahlen veröffentlicht haben, das hat Auswirkungen auf die Technologiebranche, das hat Auswirkungen auf die Nasdaq und das wiederum kann den Bitcoin-Kurs nach unten ziehen. Seid im Moment einfach vorsichtig da draußen. Wenn ihr Gewinne macht, freut euch, aber sichert sie ab mit einem vernünftigen Stop-Loss und wenn es weiter hoch geht, freut euch, aber freut euch auch nicht zu früh. Ethereum, was machen Ethereum? Diese hier, naja, im Endeffekt sind wir hochgeschossen. Wir haben gesagt, da sollten wir diese goldene Linie hier nach oben hin überwinden, dann kommen wir an diesen wichtigen Knotenpunkt und wenn wir den nach oben hin überschießen sollten, hier, dass die 3175, grob 3200, wer da nicht long geht, ist selten dämlich und so ist es auch, aber wir sind ja nicht mehr bis dahin gekommen. Also müssen wir hier auch nicht davon sprechen, im Moment macht es den Anschein, als wenn wir den hier machen, nach oben ausbrechen, an der gleichen Linie scheitern und wieder runterballern. Ich hoffe nicht, dass das passiert, denn wenn doch, ist das natürlich ein sehr, sehr bescheidenes Anzeichen. Sollten wir wieder zurückfallen unter die 3075, dann werden wir die Unterkante hier unserer Bärenformation nochmal antesten, das ist ungefähr das hier und ja, bricht die weg, die 3024, aktuell ungefähr, diese Linie ist ja leicht aufsteigend, dann sehe ich uns auch hier wieder aufschlagen und dann glaube ich auch nicht, dass es wie hier hält und wir hier nach oben ziehen, sondern das Ganze zur Unterseite bricht und dann landen wir ungefähr bei 2800. Natürlich haben wir auch die Möglichkeit, dass das Ganze jetzt hier eine wunderschöne Flagge sein könnte, das wissen wir nicht, aber man muss auf alles vorbereitet sein, sprich, brechen wir hier aus, kommen irgendwie über diese rote Linie 3130 ungefähr, ja, dann wird es an die nächsten beiden Widerstände gehen und sollten wir hier drüber kommen, dann ist die Nummer gelaufen ab in Richtung 3436 oder sogar vielleicht in Richtung 4000. Aber das hier kann auch nur passieren mit einer guten Nachricht, mit einem Push oder was weiß ich, solche massiven Widerstände, die werden nicht nach oben hin durchpimmelt, die werden nicht hier so abgearbeitet oder so, das gibt einen richtig fetten Bounce in Richtung Norden, dann eine Rücksetzer auf die oberste Linie und dann geht es weiter, ansonsten wird das Ganze hier nicht in Richtung Norden überwunden werden können. Was kann so ein Katalysator sein? Genau wie bei Bitcoin, natürlich kann das sein, dass der S&P, dass der Nasdaq jetzt hier weiter nach oben zieht, das wäre natürlich in dem Fall sehr, sehr schön und wir können dann auch höhere Kurse erwarten. Alle, die natürlich dann wieder Videos machen und sagen, ah, hier, hier Australien, Spot ETF und bla und hier und da, was bringt es denn? Richtig, nicht so viel. Also, wir werden sehen, was der Tag heute bringt, ich bin sehr, sehr gespannt, ich freue mich auf den Tag und ich würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar für den Algorithmus oder einen Like da lasst. Ansonsten sehen wir uns gleich noch im Allcoin Update, Marktupdate heute nicht, dafür bin ich noch nicht fit genug, aber vielleicht Freitag. Jetzt erstmal einen wunderschönen Start in diesem Mittwoch und wir sehen uns gleich zum Allcoin Update.